Oh nein, ich will hier nicht sitzen, nein, ich will woanders hin. Soldaten, wir haben viel Gustav verloren. Ich bin erledigt, Mann. Es gibt mal wieder keinen Panzer, ich bin so deprimiert, was ist das alles für ein Arsch? Ziel Berta ist jetzt in unserer Hand. 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 Ziel hat man angekommen. Ziel Amazon erobert. Gute Arbeit, wir haben Ziel Emil erobert. a Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh mein Gott, wo fährt der denn hin? Er fährt nicht mal in die Nähe. Wo fährt der denn hin, verdammte Scheiße? Das gehört doch schon an uns zu. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben noch 62. Tschüss. Tschüss. Die ZDF, 2020 Die Schriebe ist gerät, jetzt los. Oh nein. Oh nein. Warum? Warum dreht er uns? Jetzt fahr uns doch mal irgendwo hin. Ich kann einfach mal auf nichts schicken. Dreh uns doch rechts, Mann. Oh mein Gott, wir sind doch rechts. So was sind die eigenen? Wir bitten hiermit einen V als Luftschlag. Jetzt bereits auf dem Weg durch. Der fährt ja jetzt hin, jetzt hat er wieder... Ich hatte dazu einen Zug da. Aber wie der O-Mann ist doch gerade. Das ist doch wie geil. Das ist doch ein Lied. A-Dinosaurant. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Der Hullfirepass ist gefallen. Wir werden unsere verbliebenen Einheiten sammeln und zum Flugfeld vorrücken. Die Alliierten werden uns verfolgen und wir locken sie in die Fänge unserer anrückenden Verstärker. Diese Schlacht ist noch längst nicht vorbei. Oh man, oh man. Ich will noch auf einen Panzer, aber komm, mein Gott, ist das so schwer? Ist das so viel verlangt? Ist denn das so viel verlangt? Während wir den Pass verteidigt haben, hat der Feind das Flugfeld flankiert. Aber unsere Verstärkung ist eingetroffen. Okay. Mhm. So. Anpassen. Was haben wir denn hier? Dieser blöde Köder gibt mir. Obwohl den Köder, diesmal benutze ich ihn, weil das Flugfeld ist. Nice. So, dann nehme ich noch die blöde Repetierpistole. Schlagstock. Handwanne hat er. Homoschee Signalpistole. Und Bäm, los geht's. Hi. Schön, dich zu sehen. Himmelpistole. Her, Munition! Auspassen! Er, wird die Tiefen der Verteidigung! Auf, das tut weh! Wir sind wichtig! Sieh der Feuer auf! Schnell dem hier! UNTERTITELUNG Blankiert mich von der Arsch! Scheiße! Warum habe ich mich nicht ein drittes Mal geschossen? Auf die Schnelle! Das war nicht so nice. Alter! Ein Panzer! Ein Churchill Panzer! Verdammt! Okay, okay, okay. Das war nicht so geil, aber egal. So, jetzt muss ich mal auf eine andere Klasse wechseln. Jetzt nehmen wir mal die Klasse, weil hier sind ja auch echt Panzer unter W. Dann gehe ich zu B, dann drücke ich 4. Dann drücke ich 4. Aua! Alter, dann habe ich eine Mine und wurde von einem Wetzel leider niedergemackelt. Rettet mich einer? Ich glaube nicht. Hallo! Kandidater! Kann die Täter helfen mir auch? Hm. So, wo können wir denn mal spawnen? Ich werde mal wieder hier spawnen. Kandidater! 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 Sphär! Rettet mich! Ich will euch ja jetzt gerne wiederbeleben, aber... Achtung! Wir verlieren Zielwerter! So, jetzt campe ich mal ne Runde hier. Dum-di-dum-di-dum-di-vumsssssss entered foarte standard. Ich habe mich einer wiederbelebt. Danke Alter, nett von dir. Oioioioioi Ah, leckt mich fett am Arsch. Ich bin tot. Ok, ich möchte bei ihm spawnen, bitte. Alter, sie sind alle hinter einem Haus, verdammte Arzt. Ok, warum möchte ich spawnen? Haben wir keinen einzigen Panzer oder was? Das ist aber schon... Das ist aber nicht so toll. Alter, die liegen nur rum. Ey, das geht noch ein bisschen. Hm, ok. Na komm schon, Bau! Na komm schon, Bau! Oh, da ist schon einer der Sonne oder was? Hörst du das Feuer! Sanitäter! Scheiße, helft mir keiner. Helft mir doch mal ein, Mann. Wir brauchen Sanitäter! Alarm! Wir haben viel Antwort verloren. Wir unterstehen den Schuss! Oh... Ich habe ein Geschenk für dich! Ey, das gibt's doch gar nicht! Er legt sich da auf dem Boden! Oh! Oh! Der Feind hat diesen Sektor erobert. Ja, ja, der Feind hat diesen Sektor erobert. Ich weiß... Bereitet euch auf einen Angriff vor! Vermarikaniert eure Stellung! So... Wir müssen diesen Sektor verteidigen! Ich... Wir müssen diesen Sektor verteidigen! Oh! 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 Gott eh! Oh! 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 mmmm